Das alles geht mir total auf den Sack. Wirklich alles. Ach, ich bin mir sicher. Wir sind schon fast aus dem Gröbsten raus. Letztes Mal sind hier Monorails gefahren. Mein Scan zeigt einen an. Alles klar. Na los. Der Aufzug hat Stroh. Vielleicht läuft ja auch die Monorail. So war es gedacht. Wir haben Kunden. Dann erzähl ihnen mal, was wir im Angebot haben. Oh, 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 oh! Stirb endlich! Die Monorail ist in Tempo. Die Monorail ist in Tempo. Gedir. No! Hold that. Hold that. Oh! 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 Oh, ich weiß nicht, dass ich die Panzerholt? Halt! 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 Die, blood! I see! Halt! Halt! Fischke, mach dich nützlich und verschaff uns Zugang zu dem Zug! Gut bestanden! Hör auf, rumzuhallen! Gyrocopter! Entdeckung! Du was für dein Geld und gib mir Feuerschutz! Da kommen sie! Halt! Halt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Komm noch mehr! Wir kommen von rechts! Unter! Wir kommen von rechts! Oh my, oh my, oh my, oh my! No! Ja, verdammt! Feindliche Verstärkung trifft ein! Wo? Links! Affenscheiße! Verstärkung! Die Kreuzerung ist kugelsicher. 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 Alles klar, wir können los. Die Kreuzerung ist kugelsicher. 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 Die Kreuzerung ist kugelsicher.